Zwei Wochen lang war es für die Aktienmärkte, vor allem der Wall Street, sehr, sehr schwierig. Gestern dann die typische Montags-Rallye, Vaccin-Optimismus, also Impfstoff-Optimismus und Merger-Fantasy, also so ein bisschen die Fantasie, dass große Tech-Konzerne sich zusammenschließen, das waren die Treiber der gestrigen Rallye. Jetzt gibt es allerdings sehr gute Zeichen für die Aktienmärkte im eher kurzfristigen Bereich, was dafür sprechen würde, dass wir kurzfristig weiter steigende Kurse sehen und es gibt weniger gute, nämlich sogar schlechte Zeichen, die dafür sprechen, dass wir aus dieser Korrektur nicht viel gelernt haben, dass sozusagen das, was diese Korrektur der Aktienmärkte, vor allem der großen Tech-Werte ausgelöst hat, Apple und Co., dass das eigentlich nach wie vor der Fall ist, nämlich die Überspekulation, Übercalls, übergehebelte ETFs in den Märkten und damit bahnt sich dann schon sozusagen die nächste Entgleisung an, weil einfach dieses Spekulieren wieder überhand nimmt und dann früher oder später die Rechnung für diese Spekulation kommt. Schauen wir uns die Dinge einzeln mal an. Wir haben, und das ist ein sehr positives Zeichen, ja jetzt Wochen, ja fast monatelang die Situation gehabt, dass die wenigen Aktien die Märkte nach oben getrieben haben. Die meisten Aktien sind gefallen, die Indizes waren dennoch positiv, weil wenige Aktien die Märkte nach oben getrieben haben. Jetzt sehen wir, dass es die Breite des Marktes ist, die hier profitieren kann. Wir haben jetzt den besten Advanced-Decline-Linie-Ergebnis, wenn man so will, seit Mitte Juli. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Aktien, die gestern beim Anstieg mitgemacht haben. Es waren also nicht nur die Apples, die Facebooks etc., sondern es war wirklich die breite Masse, die hier gestiegen ist. Ein gutes Zeichen, weil es zeigt, dass hier wirklich eine gesunde Erholung der Aktienmärkte der Fall ist. Und nicht nur einige wenige von diesem Aufschwung profitieren und damit insgesamt die Indizes nach oben ziehen. Zweitens positiv, wir haben gesehen, dass vor allem Hedge-Funds jetzt sehr, sehr stark auf die Short-Seite gewechselt waren. Hier Positionen im Triple-Q-Future, also in dem Nasdaq-Future, den wir hier sehen. Da ist man deutlich short gegangen. Das erklärt vielleicht auch den gestrigen Anstieg. Wenn dann was nach oben geht, dann müssen diese Hedge-Funds eindecken. Die waren lange sehr, sehr stark auf der Long-Seite positioniert. Jetzt hat man sich gesagt, oh, diese Korrektur gefährlich, da müssen wir uns absichern. Da müssen wir shorte Kontrakte aufbauen, schon um uns abzusichern. Oder eben um auf weiterfallende Kurse insgesamt zu spekulieren. Das ist unklar. Aber jedenfalls sieht man daran, dass da wieder Potenzial ist, dass sozusagen ein Short-Squeeze überhaupt stattfinden kann. Vorher war ja praktisch keiner short. Jetzt ist zumindest ein gewisses Potenzial vorhanden. Wir haben gestern dann die typische Situation gesehen, dass der Anstieg der Märkte über die Futures passierte. Dass wir also vorbörslich Anstiege gesehen haben, respektive nachbörslich aus Sicht der USA. Das heißt, nicht im Kassahandel ist eigentlich das Entscheidende passiert, sondern letztendlich ist der Kursanstieg schon vorbörslich passiert. So sieht es auch heute aus, dass sozusagen wieder mal vorbörslich die US-Futures mit nach oben gebracht werden. Und wir sehen, dass der Tech-Sektor aus den USA dann gleiche positiv eröffnet hat, aber dann nicht mehr viel passiert ist. Das ist das typische Muster. Oben in der Grafik sehen Sie, dass von einer Korrektur vor- und nachbörslich an der Wall Street gar keine Rede sein kann. Dagegen ist man sogar deutlich gestiegen nach wie vor, während im Kassahandel die Sachen eben schwieriger werden. Wäre vielleicht eine Strategie, long zu gehen im Vorfeld des Kassahandels und dann rauszugehen oder gar short zu gehen, wenn der Kassahandel beginnt. Interessante Strategie. Jedenfalls sehen wir, dass der Nasdaq es noch nicht geschafft hat, aus seinem Abwärtstrend rauszubrechen. Klar, wir hatten gestern diesen Anstieg, sind aber ziemlich genau an die Trendlinie von oben gestoßen. Algorithmen scheinen solche Trendlinien einprogrammiert zu haben. Möglicherweise ist das eine Reaktion darauf. Und wir sehen jetzt etwas, was vielleicht doch ein bisschen besorgniserregend ist. Niemand sichert sich jetzt mehr ab. Wir hatten kürzlich dann mit diesem Abverkauf, mit dieser Korrektur einen deutlichen Anstieg von Put-Optionen oder von Putz insgesamt, dass man sich also absichert, zumindest auf der Unterseite. Das scheint jetzt wieder weniger der Fall zu sein. Wir haben gestern den größten Rückgang des Put-Call-Verhältnisses seit dem 13. März. Also seit dem Zeitpunkt, als wir kurz vor dem Tiefstand des Corona-Crashes. Also man scheint wieder so ein bisschen Complacency, Vertrauensseligkeit zu entwickeln. Das scheint das Motto der Stunde zu sein. Und das ist sozusagen das Potenzial, was zukünftig dann, was vielleicht nicht ganz kurzfristig, aber mittelfristig eben dann die nächste Gold-Korrektur hervorrufen dürfte. Das ist eben wieder eine solche Spekulation, die wir auch bei den Robin Hoodern wieder sehen. Die haben ein neues Instrument entdeckt. Nicht mehr den Triple Q, also dieses Nasdaq ETF, sondern ein neues ETF, das nennt sich T-Triple Q. Das ist so eine Art Turbo-Triple Q. Damit kann man praktisch den Nasdaq dreimal gehebelt handeln, nämlich auf der Long-Seite. Je mehr Leverage, je mehr Profit, denken sich die Robin Hooder, je mehr Aktien es gibt. Nach Aktien-Split umso besser, dann habe ich mehr Gewinne. Das ist die Logik der Robin Hooder. Also wir sehen, diese Spekulation, die scheint jetzt wieder voll Fahrt aufzunehmen. Man sieht hier direkt, dass aus diesem Triple Q Gelder abgezogen werden, also aus dem ungehebelten ETF, während in das dreifach gehebelte ETF massiv Gelder reinfließen. Da ist also Spekulation am Start. Und wir haben jetzt insgesamt, was den Optionshandel betrifft, zum Beispiel jetzt in der Woche zum 4. September, das Volumen von Small-Tradern, von kleinen Investoren von 11,5 Milliarden Dollar gesehen. Das ist ein absolutes Allzeithoch, etwa neunmal so hoch wie der Durchschnitt im letzten Jahr. Und das ist fast ein Achtel des gesamten Jahresumsatzes in Lotteriebereichen in den USA. Also alle, die sozusagen Lotto spielen, bringen nur achtmal mehr im Jahr, im ganzen Jahr auf die Waage. Das zeigt, dass da eine wahnsinnige Dimensionierung inzwischen entstanden ist. Das sehen wir hier auch nach wie vor in eben vor allem den großen US-Tech-Aktien, während der Rest da kaum profitieren kann. Oder das Volumen von Optionen in anderen Aktien kaum wirklich ansteigt. Und Jim Bianco, der gestern beim Zahnarzt war, sagt, ja, mir hat der Zahnarzt erzählt, also er hat sein Geld rausgenommen aus einem Fonds von Franklin Templeton und hat das jetzt investiert in Tesla-Optionen. Und damit würde er viel mehr Geld verdienen als als Zahnarzt. Und das zeigt so ein bisschen das, was ich meine. Es ist nach wie vor sozusagen das Problem nicht beseitigt, das zu dieser Korrektur geführt hat. Nämlich diese Überspekulation, diese extreme Risikobereitschaft vor allem von Privatinvestoren, die dann eben Broker auch zwingt, sozusagen bestimmte Schritte zu machen, indem man dann zum Beispiel als Broker eine Apple-Aktie kaufen muss, wenn der Call-Bestand praktisch so groß ist, weil man sich eben absichern muss. Also das zeigt so ein bisschen die zukünftige Gefahr. Apple übrigens ist jetzt der viertgrößte Aktienmarkt der Welt, wenn es ein Aktienmarkt wäre in Sachen Marktkapitalisierung nach den USA, Japan und China und noch vor UK. Apropos UK, nee, apropos China erstmal. UK kommt gleich. Wir haben heute gute Zahlen gesehen aus den USA. Wir sehen die Industrieproduktion 5,6 Prozent steigend zum Vorjahresmonat. Wie auch immer die Herrschaften im Reich der Mitte das hingekriegt haben. Wir sehen, dass erstmalig jetzt in diesem Jahr die Einzelhandelsumsätze gestiegen sind und zwar um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Also das ist sozusagen die hoffnungshohe Konjunkturbotschaft aus China, die die Aktienmärkte heute ein bisschen stützt. Und wir sehen mal hier die Aktionen der Notenbanken, was die eigentlich gemacht haben in Sachen Gelddrucken. Da sehen wir natürlich die Europäer ganz vorne, die Amerikaner vorne, die Japaner vorne, aber die Chinesen, deren Bilanzsumme der People's Bank of China ist nicht gestiegen. Das heißt, die haben es nicht so gemacht wie die westlichen Staaten, dass sie sozusagen alles geflutet haben und trotzdem haben sie die besseren Ergebnisse oder sie mussten es eben nicht machen, weil der wirtschaftliche Einbruch nicht ganz so stark ist wie im Westen. Das finde ich interessant. Interessant auch, dass natürlich diese Brexit-Saga jetzt weitergeht. Das heißt, Boris Johnson hat zwei Abstimmungen gewonnen innerhalb des Parlaments, mit dem er ja praktisch das bisher Verhandelte mit der EU ändern will. Das scheint er also durchzubekommen, zumindest jetzt im Parlament. Aber die EU ist stinksauer auf Deutsch gesagt. Also das wird noch eine richtig heiße Brexit-Saga für deutsche Autobauer. Zum Beispiel eine absolute Katastrophe, wenn es keinen Deal gibt. Und so sieht es ja derzeit aus. Und wir haben in Sachen deutsche Autobauer und deutsche Wirtschaft insgesamt heute den ZDW-Index um 11 Uhr, der ja zuletzt wieder deutlich angestiegen war. Man darf gespannt sein auf die Zahlen heute. Das soll es erstmal gewesen sein, meine Damen und Herren. Ich wünsche schon mal einen wunderbaren, vielleicht letzten Sommertag, vorletzten, drittletzten Sommertag. Jedenfalls wird es heute nochmal richtig heiß. So richtig heiß an den Märkten wird es vielleicht noch nicht, denn morgen kommt die Fed, am Freitag der große Verfall, auf den alle warten. Und dieser Verfall hat das Potenzial, hier richtig was durchzuschütteln, eben aufgrund des wahnsinnigen Optionsvolumens, das wir derzeit haben. Die Spekulation ist nach wie vor da. Die Überhebelung ist nach wie vor da. Wir haben hier praktisch ein Wetterleuchten gesehen und werden früher oder später nochmal ein richtiges Gewitter sehen, bis diese Überspekulation, die wir derzeit erleben, wahrscheinlich ausgepreist werden muss, saisonal deutet sich an, dass wir dann in den Oktober nochmal ziemlich turbulente Zeiten sehen werden. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Tag und sage Servus und Ciao.